Ja Leute, kommt zum zweiten Versuch, zumindest vor dem, ja ich habe vorhin eine Runde was gespielt, und zwar wir spielen jetzt heute mal den Gefechtsmodus, einfach mal so, da ja noch nicht entschieden wurde, welche Gelexierung ich jetzt weitermachen soll und ich jetzt die einfach weitermachen wollte, und ja ich euch ja auch nicht ohne Star Wars sitzen lassen wollte, dachte ich mir, komm jetzt mal Gefechtsmodus auf. Ich hatte vorhin schon einmal gespielt, ich wollte es mal auch leicht testen, wie die Gichtner so drauf sind, also das war echt langweilig hoch 3, ja ich spiele mal eine mittlere, und ich habe mir überlegt, wir spielen einfach 2 gegen 2, äh, 4 nehmen, schnappen wir uns das Imperium einfach, ja. Ah, eigentlich brauchen wir grün, also ich möchte jetzt schon die richtigen Farben auswählen, die Rebellen, ja, keine Ahnung, ach egal, so, Blende 6000, wir haben gegner vernichtet, und ja, ich hoffe jetzt wird es auch was, das war langweilig, ich hätte das Sankt und Not, also die Blacks angespielt, Ah, jetzt habt ihr ja gar nicht die Schiffe, ne, oder? Ihr Teil Interceptor, Interceptor, Geschwader meldet sich wie bevor, äh, jetzt mal ein Ex-Escort-Träger, damit wir mehr Jäger und Bomber bekommen, Befehleser, das wichtiger Anfang ist, sich auszubreiten, bloß nicht zu schlafen, Bereit für eure Befehleser, Aufbau, wer geht, Geschwader in Bereitschaft, sofort in die Mitte, Kampfbereit! Und einer hier unten, Ne, du bist mal hier oben, wenn... So, Und Panzer, wo auch immer, Oh, hat sich der Nebulon-Bief-Regatte geholt, die haben mir einen Ex-Escort-Träger geholt, damit wir, äh, viele Schiffe bekommen, Bomber in Bereitschaft, Treigeschwader hier, Wir haben gemacht, so, Ah, hier können wir nur Helden kaufen, Oh, hier sind die ganzen Helden, Das kennen wir schon, und das, das hier ist richtig krass, Sonnenhammer, Meldung wird entschlüsselt, Äh, vollkommen überpowert das Teil, Achtet auf feindliche Schiffe, Aufbau, Aufbekannte, Könnte ich ja noch mal zeigen, Ah, gut, wir haben die Mitte, Ausweichmanöver, Melde mich wie befohlen, Bombergeschwader hier, So, könnt ihr euch mal frei bewegen, Verstanden, Kurs eingegeben, Auffrüstung abgeschlossen, Konstruktion abgeschlossen, Oh, ne, gerade bin ich nicht beschäftigt, Oh, jetzt rufen sie schon wieder alle an, Ne, egal, So, das kann man weitermachen, Gut, wir haben schon mal die Mitte, Das heißt, wir haben einen großen Vorteil, Ah, hier können wir die schönen Schiffe bauen, Ja, nervt nicht, Gott ist mich das schon wieder an, Ja, die kennen wir schon alle, Wenn ihr die Alexiobohrung geguckt habt, So, Ach, der wusste das schon auch, Ich würde mal sagen, Okay, kaufen uns mal ein größeres Schiff, Äh, wir würden uns mal den, ja, So, ihr könnt mal hier rüber, Damit wir direkt die Minen zerstören, Au, 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 alter, Machen gut Schaden in der Mitte, Ich hoffe, die brechen jetzt ja nicht durch, Hm, Zu Befehl Meldung wird entschuldigt, Na, wo hatten wir mal, Der braucht leider so lange, Ah, die kommen nicht durch den Schild durch, Also, die kommen nicht durch den Schild durch, Also, die kriegen den Schild nicht da, und das finde ich echt scheiße, Bereit zum Befehlsempfang, Ja, guck mal her. Mach den Blusick kaputt. Wunderbar. So, verbesserte Leise, die nächste Aufrüstung übernehme ich. Tja. So, da ist unser... Wie ist denn der Kreuzer nochmal? Neopredenzokreuzer fertig. Schick den mal hier, damit er hier unten aufräumt. Ja, da ist er. So. So, ein bisschen hier aufräumen. Ähm... Was ist auch so einer von? Ein MK3-Sternenzerstörer. Ein MK3-Sternenzerstörer. So. Ah, das ist ja unser. Wie sind eure Befehle? Sternenzerstörer hier. Aber da kommt auch was mit außen überräumen. Ein Titanenzerstörer. Oder ein Titanen-Sternenzerstörer. Station bereit. Orbitalkommando verfügbar. Ich glaub, der hat diesen Bonus gebracht, ne? Ich glaub, den holen wir mal uns. Für den Bonus. Oh, oh, oh. So. Da haben die diesen einen Held. Das ist eigentlich ein Held für die Bodenschlacht. Ja, ne, Titanenkreuzer heißt da. Nicht Titanen-Sternenzerstörer. So, machen wir die Schilder hier dauer. So. Was kommt da? Ach, Pipifax. Gut, das wird abgeschossen gerade im Moment. Wir können übrigens auch die Raumstation reparieren. Aber nur, wenn die noch nicht kaputt sind. Also die Geschütze. So. Ihr könnt euch mal frei bewegen. Eure Befehle so? Ich versteh dich. Ich hab Schildschub gehört. Gut, hier ist nichts mehr. Hier oben hab ich diesen Held gesehen. Da schicke ich den mal hoch. Damit er mal, ja, da kommt nämlich was. Zu Befehl. Empfange Nachricht. So. Sternenzerstörer hier. Komm mal, ja. Befehl bestätigt. So, was haben wir hier noch? Das ist die Victory-Kreuzer. Ja, da sind wir bei uns auch mal zwei. Die sind nämlich auch richtig geil. Eure Befehle, Sir. Abfangjäger, richtig geil. So, wir schicken die erstmal hier hoch. Boah, hier geht Party ab. Was haben wir hinten? Der rückt hier vor. Ich passe mal hier auf der Seite auf. Armstation beschädigt. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Alter, hat er viele von diesen Fregatten hier oben sitzen. Roger bestätigt. Volle Kraft. Erwarte Ihre Befehle. Jep. Komm mal, ja. Dann kriegen wir unseren Bonus. Roger bestätigt. Bomber. Darauf. Äh, nein. Auf das da. Ah, wir können uns übrigens noch neue Schiffe holen. Oh, wo sind die? Äh, nur die Äh. Die hätte ich nicht rufen sollen. Egal. Die können jetzt nochmal helfen. Ja, kommt mal hier hoch. Melde mich wie befohlen. Reif zum Dienst. Verstanden. Ja, ich konzentriere mich mal mehr, äh, darauf viel zu zeigen. Weil hier ordentlich die Post abgeht. Boah, man. Selekt jetzt ein bisschen. So, schießt ihn. Alter, 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 alter. Der Drecksack macht, äh, Sturm. Und verzehnt das Feuer auf ihre Laserbatterien. Fuck, die haben machen, alter, Sturm. Alter. Die Laser sind unser Ziel. Was für ein Drecksheld, ey. Bewegt Aneldet, wir sind gleich da. So, zieh dich mal zurück. Sofort. Weht eure Verstärkung. Navigier uns zu befohlenen Koordinaten. Orbitalkommando verfügbar. Einheit wird produziert. Jo. So. Mir seht, hier geht ordentlich die Post ab. Erwarte Befehle. So. Erwarte Befehle. Nochmal Sturm. Da oben haben wir noch welche. Eigentlich hat ganz schön viele von diesen, äh, Dead-Dreadnought-Kreuzern. Äh, zieh dich mal zurück, damit du dich reintegrieren kannst. Verstanden. Volle Kraft. Jo. Also, Frontlinie sozusagen. Erwarte Ihre Anweisung. Auf den müssen wir ein bisschen achten. Erwarte Ihre Anweisung. So. 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 Wie läuft's hier oben? Alles klar. Die Türen auf Kreuzer sind weg. Darum haben wir noch einen. Melde mich für die Laser-Batterie. Fiest auf diese Laser. Information. Gute Masse. Macht hier kalt. Ja. Komm her hoch. Auf den müssen wir achten, wegen der Gesundheits-Bonus. Jo. Hat der hier oben die Raumstation? Information. Wow. Da haben wir den Superständzerstörer. Aber ich hab' eine Idee. Ich weiß, wie wir das jetzt machen. So. Das war eine super Idee. Komm mal ja. Komm. Komm. So. Sieh mal zu, dass du den Schild kaputt kriegst. So. So. Den hab ich jetzt sozusagen fast geopfert. Wegen dem Sturm. Aber uns noch ein paar davon. Ja. Der macht echt gut den Schilddown. Schafft er aber glaube ich nicht. Obwohl. Komm. Mach den Bastard kalt. Der Vorteil ist, der trifft ihn nicht wirklich, wie ihr seht. Aber der macht dafür ordentlich Schaden. So. Der macht jetzt kalt hier. Und die Startrampe wurde ausgeschaltet. Wir haben unsere Ionen verstanden. Und die Startrampe wurde ausgeschaltet. Wer wo war's? In Bereitschaft. Ach der Kleine hier. Kreuzzer in Bereitschaft. Feelerfassung bei maximaler Feuerkraft. Haha. Das Ding lebt immer noch. Das macht es echt eiskalt fertig. Find ich klasse. Zeig dir mal wer der Chef hier ist. Beginne den Angriff. Verstanden. So. Ist das denn Feind? Oder ist das nein? So. Mal schön auf unseren Held achten. Wo ist der? Wegen dem Gesundheitsbonus. Unterwegs. Ah der kriegt nicht den Schild hoch. Der macht so kleine Affenköpfe. Immer den nerven müssen. Melde mich wie befohlen. Dann mal los. Ups. Sternenzerstörer in Bereitschaft. Einmal bitte einen Laufgegnerjahren schicken. Sternenzerstörer hier. Waffenbereit. Tja der kriegt ordentlich auf die Mütze hier. Find ich super. So. Wie geht's hier? Ja. Lauf ganz gut. Einsatzbereit. So langsam können wir auch mit der Raumstation hoch. Ich weiß nicht mehr ganz genau was es bringt. Ich glaube man kann dann später noch die Eclipsen kaufen. Dann los. Meldung wird entschlüsselt. Aber hier sehen wir die ja nicht. Oder könnte man die bei Stufe 1 bauen. Ah wir haben gar keine Station Stufe 1 ne. Ah scheiße. Ich glaube wenn wir einen erobern können dann baue ich da mal eine Stufe 1 denken. So wie läuft es hier? Der macht den echt eiskalt fertig. Finde ich klasse. Boah ich hab scheiße. Schluck auf. Ah die haben sich hier auch aufgerüstet. So bekommen die auch jetzt mehr Geld. Versuchen jetzt. Was kommt da? Achso einer. Hast du wieder deinen Sturm? Schade. Na gut das kleine Ding ist jetzt nicht so gefährlich. Oder was ist da? Ist jetzt nicht so gefährlich. Aber hier geht echt die Party ab. So jetzt haben wir eigentlich mal unser. Ja. Unsere Fähre die kann jetzt mal richtig aus Distanz den Gegnern eine richtig in die Fresse schlagen. Euer Befehl sagt. So. Erwarte Befehl. Ah jetzt hat er auch kein Schild ne. Aber heftig. Auf Angriffsposition. Schießt du noch? Ja. Ja. Na ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Er hat sein Sinn erfüllt. Du räumst dann mit deinen Raketen auf. Ich lass die mal da stehen. Teigelschwader in Bereitschaft. Schafft er das dann nicht? Ja das schickt er noch rüber. Hier entlang. Da geht ordentlich Post ab. Muss ich schon sagen. Jo der kann bestimmt super die Jäger und Bombe abschießen. Oh es knallt die Sonne hier voll in meine Fresse. So. Zu dass du die Kacke kaputt kriegst. Teilt auch ordentlich was aus. Empfange Nachricht. Na komm. Geschwader vorwärts. Auffristung abgeschlossen. Jo. Hier. Können wir neue Sternzerstörer kaufen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Der will sein Schild nicht hochkriegen. Egal. Schicken wir die jetzt alle mal nach hier oben. Ach weil die alle noch diesen scheiß Ionenschaden haben. Sieg mal zu dass ihr den Held da tötet. Ich will diesen scheiß Held da weg haben. So was haben wir noch. Nichts krank mehr. Jo was können wir uns denn hier noch feines kaufen. Für welcher Held war da noch relativ stark. Na eigentlich könnte ich mich mit den Helden nicht so aus. Na ja. Schwer schwer. Wo das man dort noch einen davon. Ja gut das war es jetzt mit dem Teil. Schätze ich mal. Aber es hat echt guten Job gemacht. So. Kommt ihr jetzt mal hier nach oben. Wunderbar. Der Drecksheld ist tot. Gut. Gegen was kämpft hier da eigentlich. Ich hab keine Ahnung gegen was wir kämpfen. Was haben wir noch hier. Gut den heben uns erstmal auf. Boah hier fliegen die Fetzen alter. Guck dir das mal an. Krass. Guck dir das mal an. Krass. Ja das Ding kann äh wunderbar die ganzen Bombe und so abschießen. Deshalb lassen wir den mal hier stehen. Jawohl Commander. Konzentrieren Feuer. Ja. Einmal bitte da hinschießen. Fuck. Scheiße scheiße. Das Schiff ist gleich zerstört. Egal. Nicht so schlimm. Ich bin grad am überlegen. Haben wir davon nochmal. Waffen bereit. Na egal. Du hast eigentlich einen guten Job gemacht. Du hast eigentlich einen guten Job gemacht. Die Schilder halten das nicht aus. In Bereitschaft. Unser Antrieb ist ausgefallen Sir. Wo war's. Wer verleten hier seinen ganzen. Ja Sir. Du befählst. Ach du. Ja das ist nicht so schlimm. Ich bin grad am überlegen. Gefecht bereit. Da. Einmal bitte auf den schießen. Die Ionenkanonen sind nicht ansatzbereit. Positionsänderung. Station bereit. Risstet keiner die auf. Dann risse ich die auf. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung abgebrochen. So. Ich kann nicht die Position wechseln. Ja wir haben den deutlichen Vorteil wegen der Mitte. Unser Startrampe wurde zerstört. Ist nicht schlimm. Wo es da was nicht mehr interessiert ist. Ja da. Den behalten wir mal weiter hier hinten. Wie gesagt wegen den ähm. ähm. Sternenkreuzer hier. Seht eure Verstärkung. Ehm. Wegen den äh. Bonus. An Gesundheit. Fahrzeug wird produziert. Zeilb. Ja das bestimmt das Schwerer ist gleich hinten. Oh. Darum haben wir einen Schwer. Großen und Klamalkreuzer. Hm. Soll ich mal direkt abzuschießen. Wir haben sie in Sicht. Wir gehen mit dem Angriff. Äh. Ich hasse das mit diesem Kack. Ähm. Ja. Wie heißt das jetzt? Mit diesen Ionen Dingern. Die machen dann den Schild oder sozusagen down. Nicht den Schild. Ähm. Ja auch. Äh. Die machen die Waffen schwächer. Also äh. Die können nicht mehr so Dauerfeuer machen. Wir haben Verstörer in Bereitschaft. Angriff. Also die Feuerratte ist gesenkt. So jetzt habe ich das Wort eigentlich. Der Schilde sind ausgefallen. Wo? Reib zum Dienst. Dann mal los. Ach du. Ja. Viel Erfassung bei maximaler Feuerkraft. Das Ding hält das echt aus. Mach den Kack jetzt down. Dann sind die anderen. Die anderen sind um dich herum. Mach mal die Augen auf. Gurt haben wir den hizo. Gut haben wir den jetzt zerstört. Fuck. Wann seht ihr oben angreifen? die komm 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 die Kinder vor Ort hin so rommst man mit hier auf was soll damit die bloß die ganzen Schiffe hier wegkriegen weil die echt in Gefahr sind uns von hinten an trackieren ja das war's mit dem super schönen Zerstörer so die haben sich auch aufgerüstet gut wir reihen jetzt erstmal hier auf damit wir hier Ruhe haben auf der Seite äh frage mich sehr wie der da hinten durchgekommen ist also er muss ja das sehen wo er seine Schiffe hinschickt aber ihr seid aufs Kollisionskurs Alter was ist da denn? ahhh nice wir haben ein dickes Schiff hier oben sitzen der was warst du noch mal? du warst der in-play-set-Schlachtkreuz so gut so so Alter Fick dich mit deinen scheiß Idiotenstrahlen so der Katana Flotte naja oh wow jetzt Schaden bekommen wir müssen den Schildgenerator hier reparieren darf ich mal den Schildgenerator anvisieren? so wenn ich kaputt sind haben wir den äh na gut die Mitte nicht verloren aber aber ja halt die Mitte verloren so du kannst hier mal weiter feuern ja hier haben wir den Feind zurückgeschlagen wow alter jetzt kommt er mit seinen scheiß äh Spezialfeuerdingern an Angriff formativ euer Befehlster Verstärkung unter links drehe dich mal um maximale Einheitenkapazität erreicht ja mit maximale Einheitenkapazität die Ionenkanonen sind nicht einsatzbereit Räuter melde ja natürlich ne der Schild ist schon daumen bevor du überhaupt da bist egal zu Befehl zu Befehl boah das leckt grad voll ich hoffe der Spielschutz gleich nicht ab was ich jetzt machen werde Reparatur läuft Reparatur läuft Reparatur läuft ich will das Ding gleich kaufen den Sonnenhammer darauf werde ich jetzt sparen auf den Sonnenhammer weil das Ding richtig krank ist damit werden wir dann aufräumen boah weil das ist ja echt krasser aussichtsloser Kampf bis jetzt na aussichtslos nicht wir haben die Mitte immer fleißig unseren Held drauf achten das ist doch gut man so können wir uns gleich mal das nächste Schiff holen der Typ will auch nichts erforschen der Typ will auch nichts erforschen Raumstation wird angegriffen ich hab ihn Information Bewegung so was haben wir da der ist gleich zerstört da kommt was dickes da kommt was dickes fuck 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 Batterien online wir sind in Angriffsposition Zerstörer hier Waffen bereit was ist das denn hier für ein Kreuzer achso der Mediator doch doof dass er sich jetzt hier oben entschleicht ja drüben dass du den scheiß Kreuzer zerstörst konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator ja äh kannst du meint hier anfangen zu schießen danke ach gleich haben wir die vollste rauf äh die höchste Stufe so kommen wir heute nach oben Meldung wird entschlüsselt zack jetzt können wir auch die Clipsen kaufen wie ihr seht hier mich interessiert was anderes mich interessiert der Sonnenhammer ja so auf den Baden jetzt joa aber so langsam kommen wir voran ich habe verstanden falls wir den nicht ich werde den als Reserve setzen was den ultra heftig ist äh für Notfälle sozusagen falls der Gegner noch gewinnen sollte weil ich will jetzt nicht verlieren boah schon eine halbe Stunde was denn gefälscht kannst du dich eigentlich mal wieder im Grund ziehen so langsam werde ich auch mal die ganzen Aufrüstungen kaufen fuck so also schießt mal schießt mal damit auch drauf wenn der scheiß Schild down geht schießt schießt da mit drauf damit flissen der kleine Fuß da drinnen ja commander erhebnet das Feuer schießt muss man vielleicht hier aufpassen joa guck mal her ja ja erwarte Befehle wir sind gleich da ah da bekommt ja was dickes wunderbar da ich ja die ganze Zeit immer aufrüsten bin kann er sich dicke Schiffe kaufen unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet hallo kann ich mal alter der hat immer noch Schild wie viel verbrauchst du an einer gab es wie gar keins gut dann werden wir mit diesen paar Waffen jetzt erstmal an die Seite lassen so ach wir haben nur noch Scheiße im Wetter so der ist so gut wie zerstört ich glaube wir werden den nicht brauchen ich werde den aber trotzdem gleich mal einsetzen ich werde euch den an dem ihr zeigen komm da ist der Sonnenhammer hier so ein kleines Ding aber passt mal auf da ist es äh können wir das nicht lesen doch jetzt ja ja dieser experimentell Imperial Jäger wurde mit mehrschichtigen Quarten Quartenpanzerung ausgestattet die ihn unzerstörer macht sehr verfügbar ok das ist sozusagen eine Drohne passt mal auf was die macht ich finde es aber ein bisschen überpowert dass man das nicht zerstören kann oder zumindest fast nicht aber passt mal auf jetzt guck mal genau hin was wir jetzt machen mit dem Schild zack ja gut das sieht jetzt ein bisschen komisch aus das Ding frisst sich eigentlich durch die Panzerung durch und zerstört alles mit alles sofort sozusagen aber wie gesagt das Ding werde ich euch jetzt nur einmal hier an denen demonstrieren und dann vielleicht nur im absoluten Notfall nochmal benutzen zu befehl wird abgefangen Fahrzeug in Deutschland produziert ja erwarte Befehle Tja und das war's hehehe werde ich mal hier hinten schicken der müsste das eigentlich auch mal eigentlich mal scheiße drauf gehen ey so unser Sternzerstörer lebt noch ja und vieles nicht mehr ne wir können das mal direkt angreifen euer Befehl sah jawohl Commander navigiere zu befohlenen Koordinaten Orbitalkommando verfügbar da haben wir noch kleine Sachen im Winter zeig ich dir jetzt mal im Winter aber das ist mal ne Raumschlacht findet ihr nicht schreibt mal in die Kommentare ob die euch gefällt also mir macht das jetzt echt Spaß Zielerpassung bei maximaler Feuerkraft ist er eigentlich gerecht? 2 Ding 2 also könnt ihr nicht sagen äh unfair so der lebt ja immer noch das war unser zweites Schiff glaube ich das wir uns gekauft haben so Na ich wollte eigentlich was anderes kaufen aber jetzt müssen wir wohl das kaufen Verstärbung verfügbar wow Alter das bringt jetzt echt das findet echt das Kriegsblatt Batterien online volle Kraft ja da sehen wir schon die feindliche Raumstation ja Sir wir können die mal opfern wo wir die nicht mehr brauchen Information Reuters meldet Sie ich setze auf kleine Schiffe weil die einfach äh teilweise heftig sind fuck 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 er öffnet das Feuer auf diese Laser Batterien Scheiße der stillt das down zieh ich mal zurück das Ding ist so kacke ich wollte grad sagen ich hab ein bisschen Angst bekommen ha 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 ich will doch Zeit des oh pfff ja dann ja jetzt ist kein Wunals haben wir so gut wie gewonnen ich kann leider nichts mehr schicken weil ich die kleinen ja die kleineren Schiffe verteilt habe verstanden was kommt hier jede Menge Bomber und Jäger ja jetzt kannst du auch so langsam ja das hat sich wohl bezahlt gemacht die Ungesuchtheits fuck die haben das mächtig ah kacke hier den den Kreuz haben sie das ist eigentlich eins das das mächtigste Schiff der äh neuen Ordnung deshalb sofort drauf schießen versuchen es sofort zu vernichten ja das Ding fickt grad die kleinen Schiffe hier so der der Schild down ist können wir sofort das Ding zerstören ja das ist teilweise richtig heftiges Schiff oh da kommt auch noch Verstärkung ich warte noch einen Augenblick bevor ich wieder neue Schiffe losschicken ich hab wie gesagt das Ding lass ich hier unten sitzen für Notfälle so das kannst du eigentlich wieder mit nach oben kommen und ja Fahrzeug wird produziert krass sofort ist das Ding down dank der Feuerkraft unserer Schiffe so holen wir uns nochmal ah können wir nur eins wir können uns das hier nochmal dahin rufen ah neue Schiffe können wir uns noch nicht ins Invertar rufen setzen oder ins Invertar rufen lassen oh haben sie ah die haben sich hier einen erbeuteten Sternzerstörer geholt zu Befehl ah ich möchte gerne das kleine Schiff auswählen die Mitte gleich so Schiff bereit mit höchere Feuer für maximale Wirkung Schilderfassung bei maximaler Feuerkraft so ich wollte gerade sagen das Ding hat kein Schild mehr das Ding ist noch krass dabei auch eins meiner Lieblings-Supersternzerstörer weil es richtig gut bewaffnung hat melde mich wie befohlen ja wunderbar deren Supersternzerstörer ist tot da sind noch unsere Schiffe ich wundere mich eigentlich wie er die ganzen Schiffe rufen kann na gut das meiste sind eh wahrscheinlich Helden ich könnte auch mal einen Held kaufen wo sind die Helden hier haben wir die Helden ne welchen kaufen das Ding kaputt können wir uns mal den Imperat holen boah ist aber nicht was los ist das ein Verbeut ne das ist ein feindliches Schiff kannst du mal draufballern der Schiff lebt immer noch ah da kommt wieder na gut nicht jetzt ein dicker aber schon Flieger der bekommt nö nicht schon wunderbar der hat gleich äh kein äh Schild mehr habe verstanden melde mich wie befohlen verstörende Schild unser Primärziel ist der Schildgenerator so da kommen wir auch gut voran das Schiff immer noch lebt das ist so krank der kann ja ich lass den mal weil er wunderbar aus der Sand schießen kann und mal schön in der Mitte aufwand ja falls ihr noch mehr solches äh 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 schreibt es in die Kommentare oder könnt ihr einen Daumen hoch auch geben ja dann werde ich natürlich auch ein paar davon aufnehmen ja der kriegt so langsam auf die Mützer aber naja das Schiff ist auch schon sehr alt was machst du denn? wartest du auf Schild? da kannst du lange warten ohne Schildgenerator bekommst du kein Schild habe verstanden Information Oh Alpha wie geschütz wo feuerts hat schon gefeuert? ne da kommt es da kommt es da kommt es wo schießt es da gut getroffen das ist die Superwaffe hier auf dem Boden ach schön dass er sich nicht die Updates kauft na egal kauf ich die ist jetzt auch nicht so schlimm vielleicht habe ich den Imperator ach die haben den Schild nur angekratzt boah dass wir direkt vor der Raumstation sitzen aber die Gegner leisten immer noch kräftigen Widerstand na komm jetzt machen wir das so ist immer zu dass du die Kacke jetzt auch um machst das ist ein Schildgenerator wir sind erfahrt das hängern natürlich ultra krass viel Schaden aber die haben ja den Hangar verloren sehe ich gerade das ist jetzt nicht so toll also wo man sagen könnte wow aber da können die keine Jäger mehr als Verstärkung also da kommen keine Jäger mehr weil wir bekommen ja Jäger hier aus den Hangars äh jetzt ja nicht mehr weil wir jetzt alle glaube ich noch am Kämpfen sind verstanden das Ding ist auch immer noch dabei krass na gott es wäre jetzt nicht so schlimm wenn das kaputt geht einsatzbereit wo ist der denn hin? Fahrzeug wird produziert wo muss man den Imperator ja gut jetzt kommst du auch dazu so Imperator Palpatine der hat nur einen ganz normalen Sternzerstörer äh Sternzerstörer oh ja der Imperator kann auch mal mitmischen ich verliere ich bin bereit und wir können uns Verstärkung ins Inventar rufen weil wir voll sind was bekommen wir denn? oh no no nice bekommen wir einen Bonus für dich ja auf den achten wir halt ein bisschen sorry falls laggt aber hier ist grad echt viel los wir müssen jetzt eigentlich die scheiß Raumstation down kriegen ich hab ihn hallo ein Boot hier Alter das dauert echt lange alter Verwalter ich will jetzt aber auch nicht das Ding rufen ich speicher mal ich speicher mal ganz vorsichtig gefecht gefecht boah ist echt krass los ach die Raumstation hält auch noch aus der Schild ist down aber sie feuert und feuert weiter so ist echt und besonders sie können auch noch Schiffe hier raus kaufen ja so das war's mit dem einen Schiff der zerstör die Scheiße hier ist das echt genug ja ich hab's auch mal die anzuhassen die Liste muss ja gleich endlos sein was? der kriegt die Stimme what the fuck? weil kriegt der denn ein Schild? Seine Schild Generator und sind zerstört ja aber nicht meins Station bereit Raumstation wird angegriffen Raumstation an der Mitte aber die halten ich hab' echt ausgehalten so jetzt kaufen wir uns endlich mal verbesserte Laser um noch mehr Schaden zu machen ich hab' das da erbeutete Sternzerstörer gleich zerstört da ist ein kleiner Entforcer kann man auch Sturm machen ah diese Kacke muss jetzt hier zerstört werden die Roland Station weil die sich keine großen Schiffe mehr kaufen können die hier jetzt leicht zerstört das ist mein Schiff feuerst mal da drauf du hilfst damit wird die ganze Kacke jetzt hier zerstört wunderbar jetzt kann er wenigstens keine Schiffe mehr da kaufen erwarte Befehl niemand kommandiert mich herum ja deshalb machst du jetzt auf Sturm und räumst jetzt mal auf den Parator so jetzt räumst mal hier ein bisschen auf du kannst noch einen Held kaufen kaufen wir uns jetzt mal den hier so so scheiße langsam was fliegt denn hier hinten rum ach verirrter X-Wing so du kannst eigentlich jetzt mal mit nach vorne kommen die Kinder halten das nicht aus wo feuerst du? ich seh dich nicht da glaube ich ran ne? naja ist jetzt nicht so toll wenigstens etwas Schaden ja der Parator aufpassen ja ich passe nur auf dich auf ja vielleicht wenn du leben willst ja hier haben wir noch einen Sonnenhammer boah das Ding leistet echt noch Widerstand boah meine Fresse ey ich wollte ihn auch nicht aufgeben so viele Schiffe die knapp zerstört sind wo bist du denn? ach so unten so rein mal die Raumschutzung jetzt wäre auch 40 Minuten schon krass ja du kannst eh nicht mehr schießen ich habe hier so viele Schiffe die warten auf den äh die warten in die Schlacht zu kommen ich will die Rebellion zerschmettern oh was sieht man Euglern da ha 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 noch ein weiterer Superständzerstörer falls ihr denkt öh ich mach ja fast gar nicht wie gesagt ich konzentriere mich mehr auf die kleinen Schiffe ihr habt es gesehen die sind deutlich billiger und machen wirklich auch heftigen Schaden ich spüre eine große Erschütterung ja da brauchst du nur aus deinem Schiff gucken da siehst du deine Erschütterung oh Gott sei Dank ist das gleich vorbei ey der will auch nicht aufgeben ne da holt sich jetzt extra noch mal Schiffe hier hinten boah die müssen auch diese ganze Raumstation jetzt endlich mal einen Arsch bekommen die Ionenkanonen sind nicht einsatzbereit unsere Startrampe wurde zerstört der ist doch jetzt schluss wie geil ja wo was wir haben einen neuen Gegner na nicht wirklich Information die Laser sind unser Ziel boah da kommt was an aber das ist von dem anderen Superständzer schon boah wir müssen jetzt endlich mal ich frag mich besonders wo er das Geld bekommt das frage ich mich am meisten wir haben ja keinerlei Minen mehr oh wir haben unseren Schiff verloren aber egal wollen wir jetzt mal einen dicken so der wird jetzt mal hier vorne aufräumen wunderbar jetzt wäre gleich die Schlacht schon vorbei ich will die aber komplett genießen ich will alles vernichten was er gerufen hat scheiß Raketenkreuzer so Freund räum mal jetzt hier auf jetzt hab ich dich schnell verfolgen was siehts hier aus so falls ihr den noch braucht ich schicke euch den hin so immer zu dass die ganzen Bomber und Jäger hier abschießen nicht umdrehen nicht umdrehen so kannst du auch gar nicht mehr feuern ich könnte auch mal eins kaufen nein kann man auch gar nicht weil die Liste schon voll ist so jetzt haben wir endlich er kann nichts mehr produzieren boah alter eine Stunde dort leicht apart what the fuck seht es einfach so als kleines Special Sternenzerstörer in Bereitschaft los weiter na gut schicke er gut wo ist Sternenzerstörer hier ist die Fähre kaputt gegangen die wir gerufen gekauft haben da fuck Tatsache was hat denn die zerstört stört wow na gut ist halt so ich weiß auch mal so kleinen Jäger gucken wir mal hier teilweise gut wie gewonnen der hat echt überlebt also der kann echt was erzählen wenn er an Rente geht ich gebe hier die Befehle ja tust du wir haben nicht gleich gewonnen bin unterwegs er lebt auch noch das ist echt wunderbar da drüben die Stadt ist die Raumschutzung ist kaputt oh trotzdem hält stehen noch das übelste gefällt ja gut gut so euer Befehl hier sind auch wirklich größtenteils noch scheiß äh Jäger und Bomber ja du hast eh nichts mehr ja ja Sterbenzerstörer hier kann er rufen wir auch mal haben wir auch mal so ein dickes Schiff keine Verstärkung mehr keine Verstärkung mehr wieso keine Verstärkung mehr das ist mich verarschen keine Verstärkung mehr was keine Verstärkung mehr keine Verstärkung mehr wie na gut die Jäger brauchen wir erstmal Alter Leute eine Stunde fast what the fuck das sind unsere Verluste wie ihr seht nur unsere eigenen ja Entforcer glädert eigentlich nur kleinere Schiffe boah auch so wenig Geschwader nur ja und guck mal das mal die Gegner schon an Alter guck mal das mal komplett durch also boah wir haben echt viel A-Wings boah davon haben sie ordentlich was verloren ja die erbeuteten Sternzerstörer haben sie verloren Alter hat ja mal mal viele erbeutet Golden Station nochmal Dreadnought Kreuzer ja noch mehr erbeutet Alter so viele hatten die ist mir gar nicht aufgefallen Golden Station Carwing noch eine Gold fünfmal den Held hier oder ein Leboetto Kreuzer jetzt kommen wir zu den dicken Schiffen wahrscheinlich Carwing Mont-Klammering Kreuzer nochmal fünfmal boah ja hier haben wir einiges zerstört hohoho jetzt die nicht mit dem MC 104 angekommen sind wundert mich ein bisschen ja der hat eigentlich das schwerste Schlachtschiff haben wir geknackt gekriegt Yo Alter Raumschluss in Tufel 5 ja ein paar Frigatten nochmal kam der echt zweimal ich weiß jetzt nicht ob das zweimal kam TIE Fight hatten sie sogar gehabt what the fuck ok das kann nicht stimmen Yo Leute Alter das war doch mal ne Schlacht boah heftig heftig Puh Na gut Leute schreibt's in die Kommentare wegen der Galaxieaubung und ja freut mich dass ihr zugeguckt habt und bei dieser krassen Schlacht gekämpft habt äh zugeguckt habt falls ihr nochmal sowas sehen wollt schreibt's in die Kommentare dann mach ich noch eins ich könnte kann mit jeder Armee mal spielen ähm ja sorry für das Gleck aber es war echt viel ihr habt's gesehen was da los war und ja dann sehen wir uns in den anderen Sachen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder ja ich werd das Video gleich wahrscheinlich hochladen gut ja dann sehen wir uns dann in den nächsten Projekten und so weiter also macht's gut Leute Tschüss